hey leute und willkommen zu einem ersten gaming video hier auf diesem kanal und ich wollte mal probieren beziehungsweise mal gucken ob ihr das überhaupt wollt wenn ich hier ein paar spiele spiele was soll ich skywars ich weiß nicht ob ich sky oder badwars soll ich glaube ich spiele mal badwars ich will sowieso verkangen und es fängt auch schon gleich los es geht los ok 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 ganz cool bleiben ok hier sind die dinge da fällt einer runter was habe ich jetzt in der mitte da ich habe keinen plan was das in der mitte ist aber ok so erst einmal möchte ich das haben dann möchte ich einen Stock haben. Ich möchte eine Spitzsacke haben und einen Appel. Was ist das? Sets. Okay, dann kriegt man irgendwelche Sets. Okay, kriege ich auch noch eine Kiste oder so? Specials. Ach, das ist... Ja, ich konnte jetzt nicht auf Gommel gehen, deswegen, ich wusste nicht so recht. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Nein, 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 nein. Nein! Und schon bin ich tot. Nein, 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 nein. Und schon bin ich wieder tot. Ach, mach mein Bett kaputt. Ah, toll. Flash up. So. Das geht ja ewig Ende. So, hier weiter. So. Okay. Bin ich jetzt alleine? Ach so. Jetzt kapier's erst. Okay. Alles klar. Okay. Wo ist denn hier der Typ da? Bin ich jetzt blind? Okay. Ich glaub, das schneiden wir raus. Ich bin so blöd. Wo ist der? Da hinten, oder was? Na super. Was ist denn das für eine Thematik hier? So. Mal ein paar Blöcke holen. Und ja, das war's erstmal. Zack. Zack. Und dann baue ich dieses Bett zu. Oder diesen Block. So. So leicht mach ich's dem jetzt nicht mehr. So. Kann ja auch noch rein. Nö. Okay, dann machen wir so. Okay, dann brauche ich jetzt noch mehr Blöcke. Und dann gehe ich in die Mitte. Ich hoffe, das ist ein bisschen effizienter jetzt. So. Acht, vier. Okay, da brauche ich nur einen. So. Ich hoffe, das reicht. Und dann gehe ich mal so langsam in die Mitte. Ah. Da putzt sich schon einer rüber. Ich bin so schlecht, ne? Da ist einer gestorben. Komm. Bau, 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 bau. Ich bin gleich sowieso wieder tot. Oder so. Nein, ich bin noch nicht tot. Okay. Äh, was gibt's denn hier? Hä? What? Really? Wo ist denn das ganze Sil... Okay. Ich dachte, hier gibt's Silber. Okay. Hm, 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 hm. Ja, ne? Wahrscheinlich reichen die Blöcke gar nicht bis zur Insel. Bis zur Mitte. Null Kills, null Tode. Oh. Äh, toll. Bist du echt super gut, du Arsch. So, äh, ja. Wo gibt's denn hier Silber? Was braucht man hier für einen Bogen? Ja, was? Viel Bronze für ein Pfeil? What? Ich verkacke. Ich merke das schon. Äh, gibt's hier... Wo gibt's denn das Silber hier? Muss ja hier irgendwo sein. Oder was? Oh, da kommt einer rüber. Huch. Komm doch. Der hat doch... Hack an. Ich bleib hier stehen. Guck. Und schon bin ich tot. Hey, du Arsch. So schnell willst du mich nicht los. Du wick... Ja, das war's. Wieso verkämmt er sich denn da? Was ist das für ein Arschloch? Danke. Ist ja Hobby los oder so. Ich lass mich nicht so schnell abwimmeln. Mann! Was für eine Kacke. Wir spielen doch eine Quick Bad Wars, würde ich sagen. So, ich habe jetzt mal Quick Bad Wars gewählt. Ich bin mir aber gerade echt nicht sicher, was ich da erreichen kann. So. So. Okay, das sieht doch schon mal nicht schlecht aus. Ich muss jetzt super schnell ein paar Blöcke kriegen. So. Blöcke. Und ein Appel. Und noch mehr Blöcke. Gut. Das Bett ist wahrscheinlich hier oben oder was? Wo ist mein Bett? Okay, es ist ein Block. Es ist kein Bett. So. Ähm. Ja. So. Ja. Ja, ja. Soll ich mich, äh. Ja. Ja. Ja, ne? So. Kann man das abbauen? Tatsache. Okay. Äh. Ich baue mich jetzt einfach hier rüber. Ach, da ist noch eine Insel. Alles klar. Äh. Was kriege ich da? Ach, hier kann man runtergehen. Alles. Alles finish. Äh. Ja. Okay. Ähm. Wieso kann ich da... Jetzt wollte ich gerade sagen, wieso kann ich da nichts platzieren? Mal gucken, was das wird hier. Wahrscheinlich sterbe ich gleich schon wieder. So. Zack. Ähm. Ah, hier ist... Oh, ich hab Silber. Okay. Äh. Ach, da ist noch mehr Silber. Gib mir das Silber. So. Okay, dann gehen wir mal wieder zurück. Bitte nicht sterben. Alter, ich dachte, ich fall da runter. So, hier kann man hoch. Okay. Noch brauche ich, glaube ich, keiner rüber. Vielleicht hab ich doch noch Chancen. Gold, 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 Gold. Also bürgen nur mit Gold. Äh. Dann nimm ich mir mal so ein Schwert, würde ich sagen. Und einen Helm würde ich auch gerne haben. Äh. Alles klar. Was für ein Fail? Aber okay. Nice deal. Ja, gut. Ich chill jetzt erstmal rum, würde ich sagen. Da bauen sie ganz fleißig. Ich muss da rüber. Beziehungsweise zu der Insel. Soll ich das mal machen? Auch wenn ich jetzt die ganze Bronze mitnehme. Aber ich baue mich da mal rüber, würde ich sagen. Das ganze Silber nehmen wir auch noch mit. Und sterben dann. Ist doch ganz klar. Oh Gott. Das wird sowieso nichts. Aber okay. Okay. Was hat er vor? Oh Gott. Der will kommen. Der kommt. Nichts da. Nicht mit mir. Wow. What a genius. Ich bin hier. Und ich werde diesen Block beschützen. Äh. Ich hoffe, er ist gut genug gesichert. Jetzt. Ba ba da ba 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 ba. So. Äh. Ja, gut. Ich weiß ja nicht, was du jetzt bezwecken willst. Aber okay. Der will auf mein Haus. Ich warte. So, okay. Er ist auf einem Haus. Oder Grundstück. Was hat der vor? Hey! Arschloch, nein, 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 nein. Oh, ich habe ihn kaputt gemacht. Alter, was? Hätte ich ja wohl gar nicht gedacht. Alles klar. Ich brauche noch ein paar Blöcke. So, das lassen wir alles hier. Wo geht er jetzt lang? Jetzt will er hier lang, okay. Er will doch mal Stress. Okay, kann er haben. Kein Problem. Wo ist er hin? Da ist er. Da kommt er wieder. Ist ja mal eine chillige Runde, würde ich sagen. Ja, da will er jetzt gleich runterspringen und springt daneben. Nein, 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 nein! Ich bin tot. Das war's. Wow, bringt ja echt viel. Wow. was ist das eigentlich der schießt durch dieses haus durch oder was wow ja das war es ich brauche ich brauche nichts mehr machen er kommt runter er schlägt mir ich habe da keine chance mehr er schlägt mich doch was hat denn er für ein problem hallo will er mich nicht umbringen hallo ist das nicht der sinn des spiels alles klar ähm ähm äh äh da ist gerade irgendjemand durch die durch die decke durch die decke gebackt alles klar ich will mich da hochbauen ne äh so ja okay äh was hat denn der hier für wolle oder was ich fall gleich runter und alles ist verloren und vergessen aber ich will es probieren blau war kaputt da will einer mich abschießen wo ist der wo ist der oh da kommt da da kommt da da kommt da ach man ach man okay es war ein schönes spiel ich würde sagen das war es für dieses video ich hoffe es hat euch gefallen ich würde mich freuen über daumen nach oben schreibt mir bitte in den kommentar was ihr demnächst sehen wollt für gaming videos natürlich können wir demnächst auch zusammen zocken lol und minecraft und keine ahnung was ihr noch sehen wollt und bis dann ciao